Ich bin Jürgen Elsässer und meine Zielgruppe bleibt das Volk. Wir sind das Volk. Das war am 4. November 1989 hier auf dem Alexanderplatz, als über 500.000 Bürger der DDR gegen den Machtanspruch der SED demonstrierten und das Vereinigte Deutschland einleiteten. Wir sind das Volk. Das dürft ihr nicht vergessen, Frau Mägel und Herr Steinmeier und Herr Gabriel, weil wenn wieder 500.000 Menschen hier stehen, dann seid ihr weg vom Fenster. Wir leben in der neuen Weltordnung und wir werden gegeneinander gehetzt von den Eliten, Inländer gegen Ausländer, Christen gegen Muslime. Die ganzen Nationalitäten und die Eliten beabsichtigen, uns in unserer Meinungsfreiheit zu unterdrücken. Das passiert nicht mehr so primitiv wie früher mit totalem Verbot. Der neueste Trick ist das politisch korrekte Sprechen, wo bestimmte Worte verboten sind. Aber wir können uns die Worte nicht verbieten lassen. Das Wort Volk lassen wir uns nicht verbieten, denn das Wort Volk ist die Basis für Demokratie und ohne das Wort Volk können wir die Demokratie nicht weiterentwickeln. Wir lassen uns auch das Wort Zionismus nicht verbieten und lassen uns nicht einreden, die Kritik am Zionismus sei gleich Antisemitismus. Das Gegenteil ist wahr. Wer vom Zionismus nicht reden darf, muss auch vom Faschismus schweigen. Also reden wir über den Zionismus und lassen uns nicht von den Scharfrichtern der neuen Weltordnung das freie Wort verbieten. Was die Zionisten im Augenblick in Gaza machen, reden wir Klartext, ist Völkermord. Und wenn Frau Melke gestern sagte, Israel hat das Recht auf Selbstverteidigung, dann frage ich Frau Melke, besteht dieses Recht darin, jenseits der Grenze Kinder, Frauen und Alte und Zivilisten zu Hunderten aus der Luft abzuschlachten? Israel hat nicht jeder andere Staat das Recht auf sichere Grenzen. Aber was aufhören muss, ist, dass Israel beständig immer wieder die Nachbarn überfällt. Kein Staat hat so oft das Völkerrecht gebrochen wie Israel. Kein Staat ist so oft von der UNO verurteilt worden. Aber es geht doch beständig weiter. Und es ist eine Schande, dass Frau Melke die sogenannte Verteidigung von Israel als Teil der deutschen Staatsräson definiert. Es ist ein Verbrechen, dass Merkel deutsche Waffen, insbesondere atomwaffenfähige U-Boote an Israel liefert und wir das auch noch bezahlen mit unserem Steuergeld. Diese Politik, diese Unterstützung für das zionistische Regime muss aufhören. Frau Melke soll den Frieden in Palästina unterstützen. Das heißt, einen unabhängigen, freien Palästinenser-Staat unterstützen. Jetzt stehen wir fast auf den Tag genau 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkrieges wieder am Abgrund des Infernos, das dieses Mal ein Atomares wäre. Und wie die Schüsse in Sarajevo zum Vorwand für das große Schlachten 1914 genommen wurden, so könnte es jetzt passieren, wenn wir nicht verdammt aufpassen, dass der Abschuss der malaysischen Passagiermaschine vorgestern als Vorwand für den Dritten Weltkrieg dient. Wie sind wir an diesen Abgrund gekommen? Die Antwort ist klar. Es war die NATO und insbesondere waren es die USA. Man hat den friedlichen und berechtigten Protest in Kiew im letzten Dezember aufgestachelt zu Brandschatzung und Bürgerkrieg. Und Obamas Europaabgeordneter Victoria Nuland hat selbst zugegeben, dass die USA 5 Milliarden Dollar in diese Aufhetzerei investiert haben. Unter dem Motto Fuck you EU. Mit futschistischen Methoden ist eine neue Regierung in Kiew durch Bruch der Verfassung durchgesetzt worden. Und es gibt in dieser Regierung 5 Minister, rechtsradikale Minister, die so rechtsradikal sind, dass sich dagegen die NWD wie ein Hasenzüchterverein ausnimmt. Diese Kiewer Junta führt Krieg gegen das eigene Volk in der Ostukraine. Und es war der Kiewer Verteidigungsminister, sogenannte Verteidigungsminister, der Anfang Juli gesagt hat, in den letzten Tagen seien über 1000 sogenannte Separatisten von seinen Truppen getötet worden. Er war doch stolz darauf. Das ist der Weg zum Völkermord. Das ist NATO-Faschismus. Und Deutschland muss aufsteigen aus der Unterstützung dieser mörderischen Regierung in Kiew. Jetzt hatten wir vorgestern den Abschuss der malaysischen Passagiermaschine in der Ostukraine. Fast 300 Menschen sind getötet worden. Wo ist die Trauer um diese Menschen? In unseren Medien lese ich keine Trauer, sondern ich lese nur Missbrauch dieser Toten, die verwendet werden zur Aufhetzung für einen neuen Krieg gegen Russland mit noch viel, viel mehr Toten. Und das ist schändlich. Heute schreit es von der Titelseite der Bild-Zeitung herunter, in großen Lettern, ist Putin schuld an diesen Toten? Nein, ihr Hetzer! Putin ist nicht schuld an diesen Toten. Putin hat seine Truppen zurückgezogen. Putin hat alle Friedensabkommen, die ihm Steinmeier vorgelegt hat, in den letzten Wochen und Monaten unterschrieben und für die Einhaltung dieser Friedensabkommen gekämpft. Aber du, Steinmeier, hast zugelassen, dass die NATO-Faschisten in Kiew alle diese Abkommen gebrochen haben. Steinmeier ist die Friedenszweifel von Obama und er macht die Musik für die Kriegsvorbereitungen der USA. Was den Abschluss im Konkreten angeht, liebe Leute, wir hier sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Die meisten von uns haben doch mit einer solchen Falls-Flex-Operation gerechnet. Denn die USA haben doch Angst, dass Europa bei diesem Schlachten nicht mitzieht. Und die USA haben Angst vor der Entfremdung Deutschlands im Zuge der neuen Spionage-Affäre. Und genau in dem Augenblick kommt das. Da muss man doch misstrauisch werden. Und wieder ist es eine Maschine der Malaysian Airways wie vor vier Monaten. Was ist da eigentlich los? Interessant sind folgende Umstände. Ein Kiewer Fluglotse, ein Mann spanischer Herkunft, hat die Beobachtung gemacht, dass die Passagiermaschine bis kurz vor ihrem Abschluss von drei ukrainischen Abfahrtjägern begleitet wurde. Im britischen Guardian konnte man gestern lesen, dass eine ukrainische Militärfrachtmaschine direkt über der malaysischen Maschine gefrogen ist, wohl um das Feuer vom Boden anzuziehen. Und interessant auch der Umstand hier, dass Putins Präsidentenmaschine auf dem Rückflug vom Briggs-Gipfel in Südamerika die Flugroute der malaysischen Maschine gekreuzt hat, die 38 Minuten nach Putins Maschine Polen an derselben Stelle überflogen hat. Ist da vielleicht bei den NATO-Putschisten in Kiew irgendein Ziel durcheinander gekommen? Im Augenblick lässt sich die Sachlage nicht vernünftig klären. Aber ich will an besorgniserregende Parallelen in der Vergangenheit erinnern. Wie war es 1980, Abschuss des italienischen Chumbos über der Insel im Mittelmeer Ustiza mit über 80 Toten. Jahrelang wurde behauptet, das war Gaddafi, um die Stimmung gegen Libyen anzuheizen. Aber mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die sogenannten Verschwörungstheorien von Anfang an wahr waren. Es ist aktenkundig und gerichtsnotorisch, dass es die NATO damals in Ustiza war. Schande über die NATO. Oder nehmen wir den Abschuss einer iranischen Maschine über den persischen Golf 1988 mit fast 300 Toten. Das war ein amerikanisches Kriegsschiff. Das ist erwiesen. Die Amerikaner haben sich nicht entschuldigt und natürlich auch keine Entschädigung gezahlt. Schande über die USA. Und ich möchte auch erinnern, was hierzulande kaum bekannt ist, dass im Oktober 2001 schon einmal eine russische Maschine über der Ukraine abgeschossen worden ist, nämlich anlässlich eines Manövers der ukrainischen Seestreitkräfte im Schwarzen Meer. Auch damals starben 80 Menschen, aber keiner in Deutschland erinnert an diesen Umstand. Es waren ja nur Russen. Das ist eine rassistische Berichterstattung, um die Leute aufzuwiegeln gegen unsere östlichen Nachbarn. Und das dürfen wir nicht mitmachen. Und Leute, wir vergessen den 11. September 2001 nicht. 9-11 war false flag. 9-11 ist die Mutter aller Lügen. Damals wurden 3000 Menschen, großteils amerikanische Staatsbürger, pulverisiert, um einen Vorwand für die globalen Kriege der Bush-Administration zu schaffen. Und das war ein Inside-Shop, dirigiert von den amerikanischen Geheimdiensten. Schande über die amerikanischen Geheimdienste. Und wer so etwas macht, wie am 11. September 2001, dem traue ich auch den Abschuss einer Passagiermaschine der Ost-Ukraine zu. Das sind Verbrecher, die machen alles, wenn es nötig ist. In dieser brisanten Situation an der Schwelle eines Dritten Weltkrieges ist es die verdammte Pflicht eines jeden anständigen Deutschen, der Kriegshetze gegen Russland zu widersprechen und zu widerstehen. Wenn wir eines aus der Geschichte gelernt haben, dann doch dieses. Deutsche und Russen dürfen sich nie mehr gegeneinander hetzen lassen. Immer, immer, wenn Deutsche und Russen zusammengestanden sind, egal, ob unter Bismarck oder Willy Brandt, ging es nicht nur beiden Völkern gut, sondern auch dem ganzen Kontinent. Und deswegen sind meine Gedanken jetzt bei den Menschen im Donbass, bei den dortigen Streitkräften der bedrohten Bevölkerung, die ihr Überleben und ihre Heimat gegen die NATO-Faschisten verteidigen. Insbesondere grüße ich Margarita Seidler, eine Deutsche, die sich den Selbstverteidigungskräften angeschlossen hat und die jetzt im Kessel von Donetsk auf die nächsten Angriffe wartet. Alles Gute, Margarita und die Deinen. Berlin grüßt Donetsk, Nemtse, Firuzki, Trusch bei mir gemeinsam für den Frieden. Liebe Leute, wir müssen uns klar machen, wir sind hier in einer besonderen Situation. Deutschland ist immer noch ein besetztes Land. Und die Besatzungsmacht sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Und diese Besatzungsmacht häuft auch noch Hohen und Spott auf unsere Schande, indem sie nicht nur uns alle abhören, sondern auch noch ihren treuesten Basallen, die Kanzlerin und auch noch Agenten in unsere Ministerien schicken. Dieser erbärmliche, schändliche Zustand muss aufhören. Deutschland muss wieder souverän werden. Was heißt das? Sofortiger Rückzug der deutschen Hilftruppen von den amerikanischen Fronten weltweit. Nicht nur Afghanistan, auch Balkan, auch Afrika, auch das Land von Afrika. Ursula von der Leyen, Flinten, Uschi, bringen unsere Jungs nach Hause. Schließung aller amerikanischen Stützpunkte auf deutschem Boden. Insbesondere der Aggressionsdrehscheibe Rammstein, aber auch der Drohnenmordkommandos in Stuttgart, Jukom und Afrikom. Amigo! Und aktuell vielleicht am leichtesten zu vermitteln, Verbot aller amerikanischen Geheimdienstaktivitäten auf deutschem Boden schließt die Filialen von NSA und CIA. Amerikanische Bürger, Musiker, Geschäftsleute, zivile Menschen wie wir sind hierzulande willkommen. Aber das ganze Militär- und Geheimdienstbesocks, das sage ich nur, macht den Grautschotans Amigo Home. In diesem Sinne, Deutschland muss wieder souverän werden. Wir brauchen statt der EU einen Bund gleichberechtigter Völker und Nationen von Portugal bis Wladivostok. Wir sind das Volk und wir setzen das durch. Ich danke euch. Applaus Wladivostok